Echt jetzt? Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, echt jetzt, es gibt schon wieder ein neues Update für iOS 13, und zwar die Version iOS 13.2.2. Ein relativ kleines Update, also es war jetzt hier kein Riesending, 117,8 MB. Aber ich sage euch jetzt mal, warum ihr das auf jeden Fall machen solltet, das Update. Denn dort wird ein richtig nerviger Bug behoben, der hier das Multitasking betrifft. Und zwar werden dort die Apps ja normalerweise nur eingefroren und quasi in den Hintergrund gestellt, sodass man sie jederzeit wieder aufnehmen kann. Aber das hier sollte eben nicht passieren, dass wenn ihr dort eine Seite offen habt, dass die dann nicht mehr verfügbar ist und die App wird komplett neu geladen. Und genau dieser Bug soll hier behoben worden sein unter 13.2.2. Und ich zeige euch mal, ja, wieso ich hier froh bin, dass der behoben wurde. Denn ich hatte öfters hier den Fall gehabt, zum Beispiel, dass ich zwischen Amazon und eBay hin und her gewechselt bin, weil ich irgendetwas verglichen habe. Habe dann hier was geschaut, gehe wieder zurück zu Amazon und dann gucke ich doch wieder bei eBay was rein. Und da war bei mir plötzlich schon echt bei diesem Hin und Her geswitche, ja, wurde hier die Seite komplett neu geladen. Meine Suchergebnisse waren weg. Ich musste wieder ganz neue suchen. Und das ist jetzt hier behoben worden, offiziell von Apple. Zumindest schreiben Sie das hier in Ihrer Beschreibung rein. Denn ganz oben steht, korrigiert ein Problem, durch das Apps während der Ausführung im Hintergrund unerwartet beendet werden. Und das war echt, also nicht nur da sehr nervig, sondern auch, wenn ich hier auf Social Media irgendwie was gepostet habe auf Instagram und ich wollte hier noch irgendwie einen Link aus YouTube dann rauskopieren. Geh kurz raus, geh in YouTube rein, geh dann wieder zurück zu Instagram. Und ja, die Seite war geschlossen, wo ich hier am Posten war. Und das ist doch wirklich grauenhaft. Dann habt ihr schon was geschrieben und alles war weg. Also ein richtig nerviger Bug, wo ich jetzt sehr froh bin, dass dieses Problem aus der Welt geschafft wurde. Aber ihr seht, die haben noch ein paar andere Probleme hier reingeschrieben. Und zum Beispiel, dass euer iPhone nach einem Anruf vom Mobilfunknetz getrennt wurde vorübergehend. Der hatte ich zum Glück nicht gehabt. Oder dass die mobilen Daten mal nicht verfügbar wären. Oder ein Problemchen mit den Kerberus SSO-Diensten, Safari kenne ich gar nicht. Oder das hier beim Aufladen von Drittanbieter-Lightning-Kabeln von YubiKey, dass da einfach die Ladung unterbrochen wird. Und lauter solche Geschichten. Also ihr seht, lauter kleinere Bugs. Aber der größte, der steht eben ganz hier oben. Das ist der Multitasking-Bug und der ist weg. Gut so. So, ich habe nochmal den Geekbench hier drüber laufen lassen. Rein Interesse halber, das hier waren ja die Ergebnisse von iOS 13.2, 907 und 2464. Und das ist das Ergebnis von 13.2.2, 930 zu 2519. Und da sehen wir, wir haben tatsächlich eine Verbesserung, vor allem im Single-Core auf 930 von 907 und im Multi von 2464 auf 2519. Also, wir sehen dort eine positive Entwicklung. Das ist immer sehr schön. Ja, so ein bisschen Speicherplatz wurde bei mir auch freigeräumt von 24,78. Und hinterher hatte ich dann 24,99. Da werden so ein paar temporäre Daten einfach nur gelöscht. Keine große Sache. Ja, und das war es auch schon. Ich will das Video kurz halten. Also, wenn auch ihr das nervige Problem hattet, dass dort die Apps einfach geschlossen wurden, macht das Update ab sofort verfügbar. iOS 13.2 für alle Geräte. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Update. Wahrscheinlich schon sehr, sehr bald. Bis zum nächsten Mal.